herzlich willkommen zum neuen video heute mal wieder aus meinem golf beziehungsweise es dreht sich um den golf es dreht sich eigentlich um das gerät hier also es ist heute wirklich zum ersten mal so dass ich wirklich werbung mache auf diesem kanal ich habe von der firma dieses gerät zugeschickt bekommen und das will ich heute ausprobieren aber zuerst ja herzlich willkommen zum neuen video heute aus dem golf und es geht heute um dieses gerät hier ein diagnosegerät von der firma topdon artilink 200 heißt das gerät und die firma hat mir das zugeschickt und hat gefragt michael ist nicht mein interesse das zu testen oder auszuprobieren so machen wir es auch hier auch eine beschreibung genau so das ist dabei als beschreibung ist alles in englisch ok man kann da auch eine andere und ich sehe sogar hier da man kann sogar deutsch einstellen super dann ist es das was wir glaube ich auch als erstes machen denn im englischen bin ich ja nicht ganz so gut ja das gerät funktioniert nicht irgendwie so also es braucht strom vom obd2 stecker aber man muss das da einstecken und erst dann geht das gerät an so dass man hier drüben hin dann hat der golf wie aber auch alle anderen vw's der hat den obd2 stecker hier unten drunter ich mach mal die tür auf und nehme mal diese kamera hier mit aber die kamera an und der obd2 stecker der müsste da ist der aha also wenn ihr mal guckt hier und dann direkt hier unten drunter da ist der stecker und da stecken wir das gerät dann auch ein ja diagnosegerät mittlerweile sind diese geräte echt ganz ganz klein und dieser stecker der hier dran ist obd2 ist ein 16 poliger stecker und der ist genormt also jedes fahrzeug auf der welt von 2001 ab an hat so eine vorrichtung um diesen stecker einzustecken davor hieß es obd1 und das wurde 1988 eingeführt um abgaswerte von fahrzeugen zu kontrollieren weil die sollten nicht nur bei der zulassung die vernünftigen abgaswerte erreichen sondern sollten das auch für weiter hin tun damit man das kontrollieren kann auch beim tüv immer wieder hat man halt diesen stecker erfunden und 2001 hat man das ganze dann genormt und hat gesagt alle kriegen den gleichen stecker und mittlerweile ist das nicht nur noch für für die abgasregelung zu sondern darüber werden software updates gemacht darüber werden fehler ausgelesen das was wir auch heute machen und da gibt es halt in den großen werkstätten oder überhaupt in werkstätten gibt es halt so richtig große geräte die habe auch die diesen stecker haben die aber dann nicht so ein kleines gerät haben sondern die können echt detailliert genau fehler auslesen wie gut das hier ist weiß ich nicht und das machen wir jetzt einfach zusammen und gucken ja soviel so ein bisschen zu diesen Diagnosegeräten ich habe mich da selber auch so ein bisschen eingelesen natürlich werde ich auch einen link hier unten reinsetzen wo man das gerät bekommt dieses gerät kostet 25 dollar dann muss es noch mal geschickt werden ich werde aber hier unten einen link reinsetzen wo man das gerät bestellen kann wo man ein paar prozente bekommt boah cool ich mache zum ersten mal so einen link hier da könnt ihr prozente bekommen und da werdet ihr direkt auf diese seite geleitet genau und wo ihr das dann kaufen könnt gut stecken das gerät mal an ich nehme diese kamera hier mit der obd2 stecker hier wir haben hier übrigens mehrere autos stehen ich werde auch gleich zu dem einen oder anderen auto gehen wir auch mal gucken ob da irgendwelche fehler drin sind um zu gucken wie das ganze auch funktioniert so jetzt wie gesagt hier unten ist der obd2 stecker da und da muss ich dann den ich mache mal das direkt hier so hin reinstecken so das gerät geht auch direkt an da topdorn arti link 200 ich muss die tür mal ein bisschen zu machen weil es regnet draußen ist ein bisschen nervig so die kamera da oben das kabel ist nicht lang genug ich denke schon gerade so das gerät ist an das hier jemand der kamera mit obd2 e obd code reader also wirklich Diagnose gerät fehler lese gerät exit setup enter scan exit setup language unit of measure contrast ok ich bin wirklich nicht gut im englisch language exit nehmen sind wir unterdrücken da und da oben ist deutsch auch deutsch holländisch ist auch da aber da bin ich doch der deutschen sprache mächtiger so ich muss das glaube ich ein bisschen näher hier machen das spiegelt alles so ein bisschen so könnt ihr aber ganz gut sehen enter deutsch sprache maßeinheit kontrast maßeinheit englisch metrisch ich würde es auf englisch lassen oder oder metrisch englisch so kontrast da kann man das display hier noch mal so ein bisschen heller machen dunkler machen so so ist glaube ich ganz gut 30 prozent enter so das war es dann ist exit setup scan das bleibt dann trotzdem in englisch dann drücken wir jetzt mal auf enter dann liest er glaube ich aus oder ja verbinde mit dem fahrzeug jan obd2 warte auf fahrzeug kw iso der geht jetzt so mehrere sachen durch wie er sich am besten mit dem auto verständigen kann verify that the ignition is on ok ich habe die zündung nicht angemacht check if the scan tools obd commuter is securely connected gut das habe ich in englisch verstanden gehen wir nochmal auf exit dann drücken wir mal die zündung an so zündung an und wir drücken noch mal enter kurz gefunden 0 das ging jetzt schnell der war irgendwie ganz schnell wieder weg lese kurz ich mach mal die musik aus lesecodes enter keine kurz gespeichert im modul jeder taste fortsetzen den lösche kurz brauche ich nicht freeze frame no freeze frame daten gespeichert im status le seit löschen dikst dieser fahrt dieser fahrt enter milz status of zündungssensor ok treibstoff sensor katalysatoren sensor heizkatalysator für daten lamper lamda sonde treibstoff sensor einspritz system nicht aktiv exit exit mein fahrzeug hat anscheinend keine codes deswegen ist das hier null gewesen also wir können noch mal auf lese codes gehen keine codes gespeichert im modul die der taste fortsetzen ich würde mir jetzt ein anderes auto schnappen und dann gucken wir mal was wir da empfehlen finden angekommen mit einem fünfer bmw aus bauer 2008 auch der hat natürlich ein obd zwei stecker ich habe mich noch nicht auf der suche gemacht wo der sitzt deswegen wir gucken mal zusammen ah hier ist aber ich habe jetzt überall hier geguckt und habe nichts gefunden beim zurückgehen habe ich dann halt gelesen da steht obd dann machen wir das mal auf so stecken da unser gerät an suchen so es funktioniert wieder wir müssen aber die zündung an machen schlüssel einstecken so dann ist die zündung an zündung eingeschaltet der zeigt mir auch im head up display was ihr sehen könnt da ein ausrufe zeichnen zeigt mir aber auch hier an da ich mach mal die tür zu damit das so man konnte gerade sehen ich mach nochmal kurz aus so ich mach nochmal an jetzt geht er nochmal an die lüftung ist auch noch an da seht ihr es er zeigt an dass das standlicht kaputt ist also heißt das müsste er auf jeden fall hier jetzt mal anzeigen wir drücken mal hier bei enter wieder scan john obd protokoll codes gefunden monitors ok 3 lese codes kein code gespeichert gut auch dieses fahrzeug hat keine codes was ich jetzt machen werde ist ich werde nochmal ein anderes fahrzeug gucken weil dieses gerät ist halt wirklich nur für größere sachen wie zum beispiel standlicht funktioniert nicht oder so erkennt er halt nicht weil das wird halt nicht im großen steuergerät gespeichert deswegen würde ich jetzt nochmal ein anderes fahrzeug angucken ob der welche fehler drin hat das ist der bus da drüben das ist ein vw bus und wenn das auch nicht der fall ist dann werden wir einen fehler herbeirufen um einmal zu gucken wie das ganze funktioniert und wie man das dann auch löscht ja gut los geht's ja jetzt bin ich hier im bus angekommen und suche jetzt mal in diesem fahrzeug den port für den stecker um zu gucken ob der hier irgendwelche fehler hat ach so ich habe vergessen die kamera mitzunehmen also ich habe den port aufgesucht es ist immer so dass der stecker im umkreis von einem meter vom fahrer entfernt sein sollte aber es ist meistens ein paar zentimeter also 30 40 cm und hier ist auch der fall also hier gehen wir wieder nach unten und dann sehen wir schon da das lila den lila stecker wo der obd stecker drauf kommt so dann packen wir unseren stecker und schieben den da drauf so ist drin gerät geht auch an zündung machen wir noch an und jetzt drücken wir enter so der sagt der monitor ist okay 6 und monitor arbeitet nicht 5 lese kurz keine codes überall ist die musik an so also auch der hier hat keine codes aber wir haben keinen fehler gefunden und heißt jetzt drei fahrzeuge dreimal keinen fehler die werden bestimmt den einen oder anderen fehler haben so kleine fehler aber die speichert das hauptsteuergerät nicht ab denn das gerät liest nur das hauptsteuergerät aus den rest nicht ich werde jetzt mal einen fehler fungieren an meinem golf und dann mal gucken was das gerät anzeigt so wir haben jetzt den fehler eingebaut müssen wir dafür natürlich einmal starten damit ihr den fehler erkennt und dann setzen wir das gerät an ich muss sagen ich fand die idee nicht so gut aber der tim da drüben der hat gesagt ach da kann nichts passieren wir starten mal läuft schon anders ja er zeigt auch sofort da was an epc wir geben einmal gas wenn ihr es hört ich werde euch aber gleich sagen was wir gemacht haben wir schalten ihn direkt aus gehen jetzt mit dem obd zwei gerät opala so wo haben wir denn den stecker da ist der stecker machen die zündung an zündung ist an und jetzt drücken wir auf enter und lassen unser gerät einmal laufen protokoll kurz gefunden unterarbeit vier monitors ok nicht komplett lese kurz ignition coil a primary control secret high p2 301 07 e 8 generic mein englisch ist ja nicht so gut ignition coil a bedeutet ignition zündung wir haben von zylinder 1 die zündspule abgezogen und somit läuft das fahrzeug jetzt nur noch auf drei pötten das hat man glaube ich gerade so ein bisschen gehört wir stecken das jetzt sofort wieder an aber wir mussten ja irgendeinen fehler generieren um zu gucken ob das ganze funktioniert und ja ich kann euch sagen es funktioniert er zeigt es auch richtig an coil a bedeutet zylinder 1 ignition ist halt die zündung primary control circuit high wüsste ich jetzt auch nicht was das genau bedeutet ne keine ahnung aber auf jeden fall steht hier oben auch der fehler p2 301 und ja jetzt stecken wir es wieder drauf und dann löschen wir den fehler löschen wir den fehler erst oder ja wieder drauf stecken und dann den fehler löschen und dann nochmal starten genau das machen wir jetzt ne nicht wir tim macht das so tim mach mal so ist schon wieder fertig jetzt gehen wir hier nochmal drauf enter lösche codes lösche fehler code sicher yes das geht so schnell ich kann gar nicht mitlesen ja ist glaube ich gelöscht wir gucken nochmal lese codes keine codes gespeichert im modul starten wir den bock ja jetzt läuft doch ja normal und zeigt da unten auch nichts mehr an vorher stand da epc epc bedeutet werkstatt aufsuchen wenn man da mal im bordbuch nachguckt ne so während der tim da hinten schon wieder alles zusammenschraubt und wieder fertig macht mache ich kurz das fazit also das gerät muss ich sagen für den laien also so wie für mich für alle anderen da draußen ganz okay aber es bringt halt wirklich nur was wenn man einen großen fehler da hat und sollte man einen großen fehler wie wir den gemacht haben haben muss man sowieso zur werkstatt weil wie sollen wir das ganze lösen also klar wenn der stecker sich losraten dann kann man den stecker drücken aber wenn die stecker alle vernünftig dran sind dann wird man nicht wissen wo der fehler ist und dann wird man nicht wissen wo der fehler ist und dann kann man den stecker drücken dann braucht man schon ein etwas größeres auslesegerät für unterwegs ganz gut weil man weiß dann schon mal worum es geht oder was man hat dass man sich schon mal darauf einstellen kann bzw schon mit der werkstatt telefonieren kann und dann könnte man gucken ja dann macht man einen termin und alles weitere wird dann in der werkstatt gemacht Topdon RT-Link 200 ich verlinke das mal hier unten in der beschreibung wer da interesse hat sich so ein zu bestellen und wer sagt hey mischa versucht dann nochmal das und das gerne hier unten in die kommentare reinschreiben mache ich das gerät habe ich jetzt da ich werde meinen dodge auf jeden Fall damit mal auslesen weil der hat nämlich auch schon mal die motorleuchte angezeigt aber da hat das glaube ich irgendwas mit der gasanlage zu tun der hat ja gas der wagen und deswegen ja ist das glaube ich so gewesen also wenn ihr dann noch was zu wissen wollte schreibt das gerne in die beschreibung kann ich mache auch gerne nochmal ein video dazu ja und das war mein video zu diesem Topdon RT-Link 200 tschüss Team Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video tschüss